Hallo, da ist die Babsi Haas. Dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Leider ist es heuer ein bisschen anders, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass trotzdem das Turnier gespielt wird. Leider ohne Zuschauer, aber ich hoffe, dass ihr mich alle unterstützt, von zu Hause, vom Fernseher. Ich werde Mittwoch spielen, deswegen hoffe ich, dass die Daumen alle gedrückt sind und bis dann.